Hallo und willkommen zu Dead by Daylight, mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender, ja und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks geliehene Zeit, Adrenalin, Entscheidungsschlag und wir schaffen das. Ja, mal sehen ob wir es schaffen, ne? So, zum Perkbild an sich mit eigentlich recht gut ausgestattet Richtung Retten, ne, mit geliehene Zeit, wir schaffen das. Habe ich gleich zwei Sachen dabei, ich habe auch zwei zweite Chance Perks mit Adrenalin und dem Entscheidungsschlag, also für viele Situationen was dabei, also für Rettungen und für zweite Chancen was dabei. Ich glaube allein vielleicht irgendwie was Richtung Heilung oder was Richtung Erschöpfung wäre noch ganz gut. Oh, Gespenst. Ich weiß, die Palette war ein bisschen zu früh gezogen, ich hätte da vielleicht noch irgendwie drum rum spielen können. Andererseits, gegen Gespenst würde ich auf gar keinen Fall verletzt werden, weil dann brauche ich auch gar nicht mehr weglaufen, ne, weil es kann mich dann hören und vielleicht spielt es mit Stridor. Ich bleib einfach versteckt. Das Ding ist, das Gespenst denkt sich jetzt, Überlebende, wo seid ihr? Versteckt ihr euch etwa? Ich habe hier gerade eben alle gesehen auf einem Fleck. Da ist eine Nia weggelaufen, ein Jake hat gelauert und da war auch noch ein Tried am Reparieren. Und alle weg! Gibt es nicht, denkt sich das Gespenst jetzt. Jetzt wird das Gespenst den Generator sehen und sehen, dass der nicht mehr auf Null ist. Und dort nochmal weitersuchen. Okay, wir arbeiten einfach woanders weiter. So, einfach weiter arbeiten. Leichter Herzschlag. Ist das Gespenst eigentlich fertig in der Ecke? Ich würde gerne wieder in den Generator. Das ist halt so irgendwie eine Überlebendenkrankheit, ne? Man arbeitet einmal an einem Generator, der ist vielleicht bei der Hälfte oder bei einem Viertel, was weiß ich. Dann kommt der Killer, sucht er die ganze Zeit ab, kriegt gegen. Und man selbst sitzt als Überlebender um die Ecke und denkt sich, geh weg, geh weg, ich will da weiter arbeiten. Weißt du, man würde zehn Generatoren schaffen, wenn man sofort weg geht und zu einem anderen Generator geht. Aber nein, man denkt sich, nee, ich ziehe den jetzt durch. Das ist jetzt mein Generator, das ist meine heilige Mission, ne? Ist vielleicht nicht immer das Schlauste. Aber gut, wir ziehen ihn jetzt durch, dass unsere heilige Mission. Naja. Aber so, ne, das kostet halt in Team Zeit und alles. Wäre besser, wenn man sich wirklich ein neues Ziel sucht. So, aber den haben wir gleich durch. Ich höre keinen Fasen, kein Gespenst. Na los, komm schon, zieh. Zieh, das letzte Bibsel. Und zack, den haben wir. So, schöne Sache, ne? Zwei Gents wurden gemacht, eine Person hing erst am Haken. Ich werde Richtung Mitte gehen. Weil hier war auch noch ein Generator direkt in der Nähe. Den nehme ich direkt mit. Und hier sitzt auch noch Jeff dran. Jeff, du siehst ein bisschen aus wie Jake. So zumindest, es gibt ja auch für Jake so ein armfreies Oberteil. Aber gut. Hey, ist das wirklich ein Jeff? Ja, ist ein Jeff, ne? Der ja auch so gelbe Pünktchen auf der Hose hat. Aber Jeff hat ja kein Hallowed Blight Outfit bekommen. Das ist Jeff. Das war ich kurz verwirrt. Aber ist wahrscheinlich die Hose von dem chinesischen Jahresfest oder so? Ich weiß es nicht. Okay, ich werde jetzt einfach weiter reparieren. Ich weiß, die Perks sagen so ein bisschen Felix, du solltest retten gehen. Aber, ja, Jeff geht ja schon. Jeff geht ja schon. Gespenst denkt sich jetzt, okay Leute, ihr macht Gents. Ich sehe hier keinen Stich, ne? Map, viel Sichtblocker. Ich komme hier einfach nicht durch. Ich slug euch jetzt und kill euch alle. Gnade war gestern. So, hoffen wir mal, dass Jeff nicht erwischt wird. Dann können wir nämlich den Gen noch schnell machen. Dann fehlt nur noch einer. Und dann können wir nach Hause gehen. Beziehungsweise zurück ans Lagerfeuer, ne? Eigentlich schon fies, wie der Entityste mit den Gefühlen der Überlebenden spielt, ne? Setzt sich am Generator, will eigentlich nur nach Hause. Denkt, ja, ich will endlich wieder nach Hause gehen und an meinem Computer Dead by Daylight spielen. Aber nein, ich muss noch Generatoren machen. Ach, Kabel verbinden. Den ganzen Tag nur Kabel verbinden. Oder Wunden flicken, ne? Und wenn man dann endlich es schafft, mal zu entkommen, einem bösen Killer. Dann landet man wieder am Lagerfeuer und denkt sich, ach, ihr schon wieder. Herrje. Und dann geht es wieder von vorne los, ne? So lange, bis man keine Hoffnung mehr hat und stirbt. Beziehungsweise, naja, ich weiß nicht. Wenn man keine Hoffnung mehr hat, wird man vielleicht auch irgendwann zum Killer, ne? Zumindest haben die Entwickler das mal so ein bisschen durchscheinen lassen. Aber gut, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Killer, der mal ein Überlebender war. Der Überlebende aber jetzt gar keine Hoffnung mehr hat. Oder einfach nur noch töten will. So, hab ich dich. Ich heile dich schnell, Jeff, ja. Ne, da kann man kaum blinzeln, so schnell geht das, ne? Ich weiß, ihr sitzt jetzt alle vorm Monitor und blinzelt nicht und denkt, Felix, so langsam, ne? Zieh mal, aber ging echt schnell. So, ich weiß nicht, noch ein Jen. Der wurde gemacht, da hinten. Und der ist sogar in der Nähe vom Gespenst. Mensch, wie wunderbar. Okay, ich höre keinen Herzschlag mehr. Ist immer so, man muss super aufpassen, wenn man Herzschlag hört gegen ein Gespenst, weil das könnte ja phasen. So, wir ziehen hier einfach durch. Einfach weiter Generator machen. Da hinten kommt die Mia an. Ja, komm, ich könnte dich heilen in zwei Sekunden. Du willst die Palette im Zweifel umwerfen. Lauf, 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 lauf. Ich wollte zu blöd. Ach, Mann. Sie blendet jetzt noch. Sehr schön, Mia. Aber das Gespenst, sie merkt, wie laut ich bin als Dwight. Ich glaube, die spielt mit Stridor. Macht das Ganze natürlich jetzt nicht einfacher. Und Adrenalin, bang. Adrenalin ist immer so, wupp, direkt Adrenalin, ne? Es geht ab. Alle Wunden geheilt. Ich bin unsterblich. So gefühlt, ne? Oh, da wurde auch schon gerettet. Mensch Leute, ich wollte doch retten. Sie jagt gar nicht der Nia nach, weil sie denkt, ja, Besessenheit im Spiel, vielleicht Entscheidungsschlag, vielleicht geliehene Zeit. Ich jag der Clodet nach. Denke ich mal, dass er jetzt der Clodet nachjagt. Wir ziehen ja das Tor auf. Beziehungsweise machen es auf 99. Damit wir unser Team jetzt nicht so viel Druck aussetzen. Gut hier. Ja. So. Die Sache ist, dass die tot, wenn sie hängt. Kann ich raus? Ich will entkommen. Das denkt nicht ich, das denkt sich Dwight. Theoretisch, ich habe geliehene Zeit. Das war ein dummer Fehler von mir. Okay, sie jagt mir nach. Ne, jagt sie nicht. Okay. Jetzt hätte ich nämlich die Palette umgeworfen. Und sie vielleicht gestunnt. Und dann gemerkt, dass sie gar nicht in der Palette ist. Sondern auf der anderen Seite hat mich getötet. Wer weiß. Wir sind am Tor. Wir hätten theoretisch... Theoretisch wären wir so ein Kandidat, der sich auch mal opfern lassen kann. Weil wir den Entscheidungsschlag hätten. Hallo. Ja. Du heilst mich. Okay. Jetzt wurde Jeff geschnappt. Oh. War das... Es war kein Entscheidungsschlag. Es war eine Palette oder eine Taschenlampe. Schöne Sache. So, danke. Ich heile dich jetzt auch. Dann können wir im Zweifel nochmal Schläge tanken. Ah ja. Nia hat eine Taschenlampe. Da war es, die Lampe. Das Tor ist auf 99. Jetzt müssen wir nur noch... Ich habe halt keine Bindung. Sprechend keine Ahnung, wo Jeff ist. Also müsste ich versuchen, irgendwie nach Herzschlag zu gehen. Oh, da wurde ich schon erwischt. Der liegt in einer Palette, denke ich mal. Das Gespenst wird nicht weit weg. Doch, es ist weit weg gegangen. Hat sich die Nia geholt. Okay. Wir heilen dich voll. So, vor allem wie spannend die Runde nochmal am Ende wird. Gerade weil es Gespenst auch Raum zum Retten lässt. Sie macht jetzt auch nochmal einige Haken. Hat nochmal ein paar spannende Jagden. Alle machen Punkte. Coole Sache. Und sie hat den Nia getötet. Das ist bestimmt auch irgendwie eine Art cremige Genugtuung. So die Person zu schnappen, die... Irgendwie erblendet, ne? Hau ab, Gespenst. Ich weiß selber nicht mal, wo das Tor ist. Ach, hier. Du hast mich nicht... Du hast mich nicht gesehen, Gespenst. Und raus mit mir. Tschüss. Okay, perfekt. Wir sind noch entkommen. Boah, wäre das jetzt doch schiefgegangen, ne? Aber in so einem Moment muss man sich einfach denken, ich renne da jetzt einfach raus. Also ich lasse mich schlagen. Nehmen den Schlag mit, ne? Okay, sie war halt bei der Falltür. Und ist auch weg. Schöne Sache. Damit hat es nur die Nia erwischt, ne? Wir haben sogar... Upsi. Einen Pip gemacht. Wurden uns nicht allzu oft gejagt, aber immerhin. Gold ist auch was, ne? Und das waren Killer und Überlebende, ne? Spannende Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020